Hast du aber gesehen vorhin, ne? Ja, 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 komm herauf! Und noch mal einen Applaus! Spielt auch bei Peter Pan mit... Was? Aber das ist die gleiche... Genau so weiß sie nämlich! So! Holt ihr noch nichts ab? War ganz klasse! Machen wir mal oder sollt ihr noch mal? Nein! Also ich finde, Martina sollte mal nach vorne kommen, weil die initiiert ihr mal alles und habt ihr noch nie vorne auf der Bühne mit ihr standen und das ist doch mal 13 Nation und erklärt uns eine von den beiden! Ja, genau! Und... Dann lässt du mal mal ein bisschen Marsch... Eine von dem... Also pass auf, da komm her! Und die letzten... Zusammen sogar, ja, oder? Also die kennt glaube ich keiner, ich weiß das nicht, aber... Aber das ist eigentlich ganz leicht! So denn ein... Ich möchte einen Applaus für die beiden charmanten Damen und dann wird das Mikrofon... Ah! Ich hab schon mal ein Mikrofon, damit man euch versteht ordentlich... Also der letzte Buchstabe von... Ne, nicht den Buchstaben! Oh, das war roten! Sie hat rote Lippen! Sie hat rote Lippen! Sie hat rote Lippen! Und wunderbar blau geschminkte Augen! So blau wie Maries Ohrringen! Und ist böse! Rote Lippen! Hey! Wunderbar! So! Dann darf ich Simatina auch ein Marshmallow gönnen! Das darfst du heute ruhig! Weil die so ist jetzt aber die letzte Karte und dann ist es vorbei! Dann ist... Schicht! So, der ist übrig geblieben! Ja! Das ist ein Böser von Aladin! Hat ein Papagei bei sich! Hättest du einen Hut? Ich hab ihn geholfen! Klar! Trägt einen ganz großen Hut! Jafar! Genau! So hieß der Hübsch! Und einen Applaus hoch! Denn die Karten sind wert! Weil Leute zu sagen... Dann kriegt Erik noch einen Marshmallow und alle anderen auch! Der hat die Karten gesehen! Ja, genau! Das finde ich ruhig! Das müssen wir nächstes Mal irgendwie anders machen! Also, Cindy! Kommst du her? Ohne Momento! Äh... Angela! War Weltklasse! Ich geh beim Cindy weiter! So! Das war unsere Animation! Und jetzt geht's mit den musikalischen weiter! Nämlich ein bisschen Improvisation soll's ja heute auch geben! Und da bitte ich dazu den Erik am Schlagzeug und den Max Biondo an der Gitarre! Nein! Guten Tag! O let's go! O let's go! O let's go! O f собир! Einmal bis los! O let's go! O let's go! O let's go! Ihr dürft euch wünschen! Was wollen wir machen? Pierce in Heaven oder The Letter? Ich stelle lieber zwei zu Hause. Sexy! Und Meier und Larissa Hartmann! Cheers and heaven! Das Lied ist ein düsteres Hut, da brauche ich nicht immer noch. Das ist so ein besinnliches Lied. Warte mal, dass das richtige Stille herrscht und jetzt geht's los. Das ist so ein besinnliches Lied. 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 You wouldn't have been forever out of town Would you hold my hand if I saw you in half of us? Would you help me stand when I saw you in half of us? I'd find my way of night and day I know that I just can't stay Eyes up here in half of me Time to break your heart and you'll beg and believe To be continued... Musik Musik